Moin Sie Leute, hier ist Mo Tenzen. Ich habe ja gestern Resident Evil 4 auf der Quest gespielt, ja, in VR. Total geil. Ich würde gerne heute weiterspielen, was mich aber genervt hat, obwohl das mit einem Livestream gut geklappt hat. Ich kann euren Chat nicht lesen. Ich habe eine Lösung gefunden. Isa hat sich bereit erklärt, heute Abend die Chat so flöße zu machen. Also ich spiele ganz normal und streame auf der Quest Resident Evil 4. Ich hatte total Bock, ja, ich will wissen, wie es weitergeht. Das Spiel ist wirklich genial. Und damit ich aber sehen kann, was ihr schreibt, sitzt Isa dabei und übersetzt das, ja, und schreibt mir zu, was ihr schreibt. Vielleicht wird es ja so auch noch lustiger, wer weiß, wer weiß. Ich denke mal, wir werden so ab 21 Uhr am Start sein, ja. Isa muss heute noch zum Joker und danach gibt es Abendbrot und dann gibt es merkwürdige Dorfbewohner-Schnetzlein. Genau, das ist der Plan. Schreibt mal drunter, ob ihr da Bock habt und dann kommt mal heute Abend rum und... Zeit? Guckt, 21 Uhr. Ja, ob die Leute Zeit haben. Haben sie.